Wir haben ja gestern hier bei dem Bienenvolk noch mal kurz vor knapp entdeckt, dass die keine Königin mehr haben. Da habe ich ja noch in dem Video die junge unbegattete Königin rausgeholt. Das heißt, dieses Bienenvolk, dadurch dass sie halt selber umgeweißelt haben, haben sie a jetzt keine Königin mehr, weil die junge unbegattete ist draußen und b haben sie auch kein Erbgut mehr drin, also keine Larven, keine Eier. Ja, deswegen können wir uns jetzt hier ziemlich sicher sein, dass unsere neue Königin, die weiße 99, nun hier auch angenommen wird. Ich wollte es nur noch mal zeigen, wie einfach das auch hier in meinem System geht. Es sind ja alles hier schöne Naturwaben ohne diese störenden Rähmchen links und rechts. Das heißt, wir können hier einfach unseren Königin Käfig hier zwischen die Brutwaben reindrücken, am besten immer ins Zentrum vom Bienenvolk. Machen wir die Klappe wieder zu und morgen lasse ich die Königin manuell raus. Man hätte jetzt allerdings auch bei einem Bienenstand, der weiter entfernt ist, auch mit Zuckerteig verschließen können.